Das hier ist eine der größten Gefahren in der Welt der Spiritualität, über die kaum jemand spricht, auch deine größten spirituellen Influencer und Lehrer, denn viele davon sehen es gar nicht. Denn wenn du drin bist, dann wäre es die größte Gefahr, selber anzuerkennen, dass du drin bist, dann hättest du ein großes, großes Problem. Wir sprechen heute über Spiritual Bypassing und die sogenannte Wissensumsetzungslücke. Herzlich Willkommen zu Raphael Bettencourt Experience, der Podcast für die grenzenlosen Seelen der Veränderung. Hier durchbrechen wir gemeinsam die Illusion der Begrenzung und befreien dein wahres, grenzenloses Selbst. Dort wartet all die Fülle, all die Erfüllung, all die Wahrheit, nach der du suchst. Ich bin Raphael und ich begleite dich im Prozess des Aufwachens. Willkommen in der Welt der Wahrheit. Herzlich Willkommen zurück hier in der Raphael Bettencourt Experience. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich ein Thema beleuchten. Wichtig ist, ich spreche hier niemanden direkt an. Ich habe auch niemanden im Kopf, wo ich sage, auf die Person trifft das zu, die ist böse. Überhaupt gar nicht. Es geht einfach nur darum, Licht auf ein Thema zu werfen, was mir immer wieder begegnet ist in der Welt der spirituellen Szene, auch in der Welt der Menschen, die in der spirituellen Szene sich weiterentwickeln wollen. Und ich möchte Licht drauf scheinen, auf ein Thema, was eine große Gefahr sein kann, dass du dich darin verlierst und vor allem für sehr viele Leute eine riesige Blockade ist. Eine Blockade, die dafür sorgt, dass du nicht dein Potenzial leben kannst und nicht das Leben kreierst, was du dir eigentlich so sehr wünschst. Und da gehen wir heute drauf ein. Wie ist so eine herkömmliche Reise einer Person, die sich beginnt weiterzuentwickeln? Wir können eigentlich ganz gut Raphael Bettencourt als Beispiel nehmen, denn genau das hat er damals gemacht. Irgendwann kommt der Moment, an dem wir merken, ich bin unzufrieden mit etwas in meinem Leben. Das, wie ich bisher gelebt habe und was mir beigebracht wurde, ist es nicht. Das macht mich gerade nicht zufrieden, das erfüllt mich nicht mehr. Das kann beruflich sein, finanziell sein, beziehungstechnisch sein. Also beginnen wir, in die Entwicklung zu gehen. Ich möchte neue Dinge erlernen, ich möchte Altes loslassen, ich möchte mich weiterentwickeln. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo wir in die spirituelle Entwicklung gehen. Nicht bei jedem, aber bei einigen. Weil wir merken, die normale Welt der Weiterentwicklung ist sehr begrenzt. Da geht es irgendwann nicht mehr weiter. Und das gilt vor allem für Menschen, die sich die großen Fragen stellen. Die großen Fragen von, was machen wir eigentlich hier? Warum sind wir hier? Was ist der Sinn des Lebens? Wie funktioniert diese Realität? Wie funktioniert das Universum? Gesetze des Universums? Was ist das hier alles? Das war genau mein Punkt. Und dann beginnen wir, über diese Sachen zu lernen. Es gibt viele verschiedene Wege, von dem Weg der Yogis, dem Weg der Quantenphysik, dem Weg der verschiedensten Religionen, der Metaphysik, der Mystik und, und, und. Es gibt verschiedene Richtungen, die alle auf den gleichen Punkt deuten. Und zwar das Universum, das Göttliche, die Quelle zu erklären, wie diese gesamte Realität aufgebaut ist. Nun beginnen wir, das zu lernen. Wir erlernen diese neuen Dinge. Und natürlich wird das Ego damit etwas aufnehmen. Weil das Ego beginnt, immer in die Trennung zu gehen. Das ist, was unser Ego macht. Unser Verstand muss trennen. So funktioniert er und so hält er uns am Leben. Er muss unterscheiden können zwischen, ist dieses Tier gefährlich oder nicht gefährlich? Ist dieses Essen essbar oder nicht essbar? Es muss Dinge trennen, um Verständnis zu haben. Und so beginnt es auch, dich zu trennen von den anderen. Es gibt Leute, die haben das spirituelle Wissen. Es gibt andere, die haben es nicht. Es gibt Leute, die haben ein bisschen spirituelles Wissen. Es gibt Leute, die haben es weniger, mehr. So beginnt das Ego zu trennen. Und da tappen wir ganz schnell eine Falle des spirituellen Egos. Denn dann beginnt das Ego, eine Hierarchie zu bauen von, naja, also du, du benutzt ja Zahnpasser mit Fluorid. Also du weißt ja schon mal gar nichts. Und hä, du benutzt Kopfhörer mit Bluetooth. Also du, du hast die Sachen nicht verstanden. Du trinkst normales Wasser und du meditierst gar nicht. Das ist extrem verbreitet in der Welt der Spiritualität, dass die Menschen sich in ihrem spirituellen Ego besser fühlen als andere, die nicht so spirituell sind, die nicht so viel Yoga machen, nicht so viel meditieren, nicht so viel vegan sind und, und, und. Und so beginnt die Trennung. Die Trennung von dem, was eigentlich die Wahrheit ist, welche Liebe ist, welche Verbundenheit ist, welche Fülle ist. Und dann kommen wir damit zum nächsten Punkt. Das spirituelle Ego bezieht sich einzig und allein auf das Wissen, was wir angesammelt haben. Das ganze Wissen, was ich akkumuliert habe in meinem Verstand. Ich weiß ganz viel über Energie und Manifestation und Meditation und Mystik und Pflanzenmedizin. Doch ohne die Umsetzung ist dieses Wissen vollkommen wertlos. Denn da sind wir in der sogenannten Wissens-Umsetzungslücke. Diese Wissens-Umsetzungslücke ist extrem verbreitet. Das bedeutet, wir haben eine Person, die viel Wissen hat, aber es nicht schafft, dies in die Umsetzung zu bringen. Das ist Integrität. Integrität ist, wenn das, was du sagst, dem entspricht, was du lebst. Practice what you preach. Dein ganzes Wissen ist in die Umsetzung gebracht. Denn häufig begegnen mir Menschen, die mir auch sagen, Raphael, ich mache das schon seit 10 Jahren, seit 20 Jahren. Ich liebe es und ich weiß so viel über Fülle und Geld und das sind die Gesetze, die energetischen Gesetze des Geldes. Und dann frage ich immer, wirklich liebevoll und ernsthaft, warum, wenn du das alles weißt, warum hast du dann noch nicht die Millionen kreiert? Warum hast du dann noch nicht die Fülle auf deinem Konto? Und dann beginnt meistens ein Erklärung, weil es so schwer ist, für das spirituelle Ego anzuerkennen, dass es da noch eine Lücke gibt. Und dass es bestimmte Art von Arbeit erfordert, diese Lücke zu füllen. Das erfordert anzuerkennen, dass wir eben nicht Gott sind und alles wissen. Und das sehe ich so sehr in der spirituellen Szene. So viele Menschen versuchen mir zu erzählen, ja, Raphael, das, was du erzählst, weiß ich alles schon. Oder das, was der und der erzählt, weiß ich doch alles schon. Da frage ich, okay, und warum entspricht dein Leben noch nicht dem, was du alles weißt? Denn das Wissen, es ist was komplett anderes, zu wissen, wie Manifestationen funktionieren. Oder die innere Arbeit zu machen, die Tools und Werkzeuge zu erlernen, dich deinen Ängsten zu stellen, deine Schatten hervorzuholen und das Ganze in die Verkörperung, Verkörperung ist das Stichwort, zu bringen. Und da sind wir in der Gefahr der Spiritualität. Achte niemals auf die Worte eines Menschen, achte nur auf seine Taten. Und viele Leute, die auch bekannt sind teilweise, sie reden über die Liebe, über die Verbundenheit, über die Fülle und wir sind alle eins. Doch ihre Taten im Hintergrund mit Mitarbeitern oder mit Kunden sprechen eine komplett andere Sprache. Ohne Bewertung, dass die jetzt böse sind oder irgendwas. Es geht nur darum, die Spreu vom Weizen zu trennen. Denn wenn wir dem Weg des Wissens folgen, ohne dass die Umsetzung, die Integrität da ist, folgen wir der Illusion. Denn Wissen ohne die Umsetzung ist Illusion, weil es im Verstand geschaffen wurde. Es ist einfach nur eine Kreation des Verstandes. Doch sobald etwas in die Erfahrung gebracht wurde, ist es im Gefühl und damit in der Wahrheit angekommen. Erfahrungen sind der größte Game Changer. Und damit wirst du auch dein Leben verändern. Dass du aufhörst, dem Wissen hinterher zu jagen und beginnst, die Umsetzung als Priorität zu setzen. Deswegen haben wir unsere Coaching-Programme gewandelt von Wissen zu Umsetzungsprogramm. Das ist auch ein Feedback, was wir immer wieder bekommen. Dass die Leute sagen, hey, vom Wissen her, 50%, 70% kannte ich schon. Weil das ist ja auch nichts Neues. Wir erfinden ja nicht neue Sachen. Wir nehmen das, was funktioniert. Aber ich habe es endlich geschafft, es zu integrieren und umzusetzen. Und dann sind die Durchbrüche passiert. Dann manifestieren die Leute 10.000 Euro im Monat. 100.000 hatten wir letztens. Ein Auto manifestiert. Und das Stottern des Sohnesgehalt, die Beziehung mit der Familiegehalt, passiert immer nur. Nicht hier oben, sondern in der Umsetzung. Und diese Wissensumsetzungslücke gilt es zu schließen. Was kreiert diese Wissensumsetzungslücke? Genau der Schatten des Egos. Der Schatten des spirituellen Egos, der im Hintergrund abläuft. Wir haben das Wissen. Wir wissen sogar eigentlich, was wir zu tun haben. Fast jeder Mensch weiß, wie er abnehmen kann. Er weiß, damit ich abnehmen kann, muss ich trainieren. Muss ich mehr Kalorien verbrennen, als ich zu mir nehme. Trainieren und anders essen. Wie viele Leute schaffen es, das umzusetzen? Fast niemand. Die meisten wollen Abnehmpillen oder irgendwelche Spritzen benutzen, um dann abzunehmen. Weil sie nicht bereit sind, diese Umsetzungslücke zu schließen. Dabei brauchen sie nur die Tools, um diesen Teil zu überkommen, der sie immer wie einen magnetischen Pull wegzieht. Denn das Einzige, was dir im Weg steht, sind die ungeheilten Anteile in dir. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt das Beispiel mit dem Spirituellen Ego. Ich weiß ganz viel über Spiritualität, ich lebe es aber nicht. Aber ich will es nicht wahrhaben. Dann ist es der Teil, der ganz schwer annehmen kann, falsch zu liegen. Und der etwas daraus zieht, sich größer zu machen als andere. Ich muss bereit sein, diesen Teil loszulassen, zu merken, ich bin nicht besser als Hans und Edita. Ich bin auf der gleichen Ebene. Ich lege einfach nur einen anderen Weg. Wenn ich das annehmen kann, löst sich sofort die Blockade der Umsetzungslücke. Und ich habe kein Problem mehr, zu lernen und umzusetzen. Und diesen Part gilt es rauszufinden in der Wissensumsetzungslücke. Du weißt viel und das kannst du dich jetzt fragen. Was sind Dinge in deinem Leben, die du weißt? Lebensbereiche, wo du einiges weißt, aber wo dein Leben anders aussieht. Gesundheit. Wie ist dein Wissen zur Gesundheit? Wie sieht die aktuelle Realität aus? Finanzen. Was weißt du darüber? Wie sieht die aktuelle Realität aus? Beruflich. Beziehungen und, und, und. Und wenn du eine Diskrepanz siehst, dann gibt es dort einen Teil, den du überkommen darfst. Einen Schatten, den du bisher nicht gesehen hast. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Auf dich selbst bezogen, die Wissensumsetzungslücke und einfach ehrfürchtig zu sein. Humble ist das Wort auf Englisch. Zu dir immer wieder bewusst zu machen, ich bin nicht der krasseste Typ der Welt. Ich bin nicht besser als jemand. Das war auch etwas, was ich mir, was ich lernen durfte. Ich habe lange mich über andere gestellt. Nicht unbedingt, weil ich wollte, sondern weil es meine Überlebensstrategie war. Weil ich mich sonst immer kleiner gefühlt habe als andere. Ich habe Leute glorifiziert. Ich habe sie groß gemacht. Der heilige Dr. Joe. Oh mein Gott. Ich werde niemals auf einem ähnlichen Level sein können. Und dann muss ich natürlich im umgekehrten Sinne andere kleiner machen. So, ah, jetzt bin ich größer und besser als du. Das hat mir Sicherheit gegeben. Diesen Teil musste ich mir anschauen. Diesen Teil musste ich heilen und mich immer wieder daran erinnern. Ich bin nicht größer und ich bin auch nicht kleiner. Ich bin nicht größer, ich bin auch nicht kleiner. Ich bin einfach nur Raphael auf meinem Weg. Egal, ob ich mehr Geld als jemand habe oder mehr spirituelle Dinge. Jeder ist einfach auf dem gleichen Level in eine andere Richtung unterwegs. Das musste ich wirklich mir beibringen. Und inzwischen ist die Glorifizierung weg. Ich glorifiziere nicht mehr. Ich mache niemanden mehr größer als mich selbst. Kein Dr. Joe, kein Proctor, kein wen auch immer. Mache ich nicht mehr. Das hat mein Leben so sehr geheilt. Und dadurch bin ich immer ein Student. Ich bin nicht mehr der Meister, der alles weiß und sich verschießt und sagt, was wollt ihr mir noch beibringen? Ich bin jemand, der sagt, okay, ich bin offen zu lernen. Ich bin offen zuzuhören. Ich bin offen, in den Dingen etwas zu finden. Und wenn es nicht mit mir resoniert, dann gehe ich da nicht hin. Und das hat mein Leben extrem bereichert. Und das war auch meine Arbeit. Mein spirituelles Ego loszulassen. Ich sage bewusst dazu, ich bin ein Mensch. Mit Sicherheit gibt es noch Orte, an denen mein Ego aktiv ist. Auch mein spirituelles Ego. Oder nicht mit Sicherheit. Es gibt die auf jeden Fall. Nur ich bin bestrebt, immer mehr und mehr und mehr und mehr davon aufzulösen. Und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Dass wir bereit sind, das aufzulösen. Dass wir bereit sind, hinzuschauen. Bereit sind, unsere Schatten uns anzuschauen. Denn am Ende, wer weiß, was du noch alles am Schatten hast. Das ist schwierig zu sehen, weil sie im Schatten liegen. Das ist die Wissensumsetzungslücke und die Gefahr in der Spiritualität, des spirituellen Egos. Und das ist einer der Gründe, warum wir unsere Programme umgebaut haben. Warum es keine Coaching-Programme mehr sind, sondern Umsetzungs- und Ausbildungsprogramme. Warum wir uns fokussiert haben, Menschen die Werkzeuge an die Hand zu geben und nicht mehr Wissen nur noch an die Hand zu geben. Wir geben das Wissen und das Werkzeug für die Umsetzung und pushen dich in die Umsetzung, dass dein Wissen deinem Leben entspricht. Das ist der große, große Game Changer. Also Obacht bei den Leuten, die du dir anschaust und Obacht bei dir selbst, was da im Schatten liegen könnte. Und für alle von euch, die jetzt Lust haben, die Wissensumsetzungslücke zu schließen, habe ich eine ganz geniale, kostenlose Einladung zu unserer Effortless Abundance Masterclass. Dort zeige ich dir die vier Werkzeuge, die du brauchst, um die Illusion des Geldes zu durchbrechen und so das gigantische Leben an Fülle und Freiheit zu erschaffen, das dem wahren Potenzial deiner Seele entspricht, dass du es lebst, verkörperst und bist. Den Link zu der Masterclass findest du unter diesem Video, komplett kostenlos. Dort zeige ich dir genau diese Umsetzung. Und damit danke ich dir, danke, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da, kommentiere nochmal unter diesem Video, was du mitgenommen hast. Und damit wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Bis dahin, alles Liebe, dein Rafael.